in meiner Habitationsschrift dazu geschrieben, also über wie die Bauern zum Beispiel wiederkommen und eine Bauernwirtschaft, eine neue Bauernwirtschaft entsteht zusammen mit Handwerk und so weiter, um aus diesem Dilemma rauszukommen der Naturvernichtung und der Lebensvernichtung. Genau eben eine Technik, die nicht naturzerstörerisch und lebenszerstörerisch ist und nicht an diesem Fortschrittsglauben hängt, sondern sich kümmert um die tatsächliche Natur und das, was sie mit uns machen kann und wir mit ihr, dass man da also wieder zurückgeht da drauf oder vorwärts geht dahin. Das haben wir alle geglaubt in dieser Bewegung und passiert ist aber was ganz anderes, nämlich im Rahmen der Globalisierung wurde es immer klarer, dass das nirgendwo hinführt und dann kam, also ab jetzt kommt ja der Umschwung. Jetzt ist das genau das, was wir erleben. Dieses Modell wird wirklich gekippt, es wird geschleift, buchstäblich. Natürlich wehren sich die alten Industrien, wehren sich dagegen, ist ja klar.